Das ist das heutige Fliegerlager mit kompletten Equipment. Und hier wird gerade der Propeller repariert von der Eigenbau-Focker. Und das ist der Johnny, der hier fleißig schon hilft. Und der Pilot guckt auch wieder zuversichtlich in die Zukunft, nach dem, was er durchlitten hat schon. So, und hier der Easy-Gleiter, der schon Nasenstucker gekriegt hat. Und Alexeno auch. So, und jetzt musst du gleich nahtlos zum Start übergehen, ne? Ne, der Mutter ist noch warm. Achso, wenn wir mal Pause machen. Ding.